green secure mehr freude an it hallo mann wir dürfen in deutschland zum beispiel nicht einfach irgendwie abwasser irgendein müll das dürfen wir nicht einfach ins wasser rein kippen das ist total da gibt es ganz ganz viele auflagen in deutschland das ist hoch kompliziert da müssen spezialisten sich darum kümmern damit das alles eingehalten wird naja und in anderen ländern auf dieser welt da sagen sag komm her mach mal auf die luke hier und raus damit und wenn da hinten jemand scheiße baut dann bekommen andere leute das auch mit ab das ist das problem laufe der zeit dankeschön